Wie der Geburt des einstigen kulturellen Lebens in der Kleinstadt Lassan. Über 200 Leute kommen, als Graffims Theatergruppe ihr erstes Stück hier auf die Bühne bringt. Über 40 Mitglieder im Alter von 6 bis 99 Jahren spielen im Ensemble der Theatergruppe Sintflut. Ihr Repertoire umfangreich, vom Krimi bis zum Krippenspiel. Geschuftet haben Jung und Alt bei eisigen Temperaturen im Winter, haben das Kulturhaus entrümpelt und renoviert. Das schweißt zusammen und endlich gibt es auch mal wieder etwas, worauf man stolz sein kann. Kamera, Ton und Action! Und nun ein Film. Das Equipment, Kamera und Schnitteinheit, finanziert von der Aktion Mensch. 5000 Mal Zukunft. Thema des Films, Integration statt Ausländerfeindlichkeit. In der Hauptrolle Kwan, Lassanerin. Ich denke, dass hier eine starke rechtsradikale Szene am Werk ist. Und ich merke auch in vielen Begriffen, die Kinder und Jugendliche schon benutzen. Mal so ein ganz kleines Beispiel. Ich habe mal im Konfirmandenunterricht dieses alte Spiel Geigenraten gemacht. Da sollten sich die Kinder ein Wort ausdenken. Und so ein 13-Jähriger schreibt dann Judenkinder an die Tafel. Eine Vokabel, die gehört nicht in den Wortschatz hinein. Also scheint das in seinem Umfeld aber doch schon so ein Begriff zu sein, der auch relevant ist. Es ist nicht immer politisch korrekt, vielleicht das zu sagen. Aber ich denke, dass es zum Zeiten der DDR diese Problematik des Rechtsradikulismus totgeschwiegen oder einfach, es gibt es in unserem Staat nicht. Und dass man sich dann mit dieser Negierung des Themas nie damit auseinandergesetzt hat. Und so, dass sich das sozusagen in einer Nischengesellschaft unterschwellig weiter tradiert hat und weiter in den Köpfen drin ist. Und jetzt einfach die Luft zum Atmen auch findet. Doch Philipp Reffem arbeitet daran, dass die Luft für die Rechten dünner wird. Aufklären, sich auseinandersetzen mit der rechten Kultur, aufräumen mit uralten Vorurteilen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Einer tut was und plötzlich spielen alle mit. Geh los, geh los! Geh los! American Football statt rechts sein aus Langeweile. So gehen Thomas und Mirko das Thema an. Sie hatten die Idee und setzten nicht nur ihren Traum von den Wolgaster Vandals in die Tat um. Auch der Wolgaster Fitnessclub mit über 300 Vereinsmitgliedern ist auf ihre Idee zurückzuführen. Thomas und Mirko stärken der Jugend den Rücken immer frei nach dem Motto, in Wolgast ist nichts los, dann sorgen wir selbst dafür. Wir sind in erster Linie am Sport interessiert und Sport kennt keine politischen Einstellungen. Das ist ja auch immer der Grundgedanke von einem Verein. Wir heulen nicht ins Kissen. Wir machen die ganzen Sachen, die uns interessieren, selber. Denn es hat hier wirklich eine schöne Gegend. Auch für Menschen, die aus Russland kommen. Das Team zusammengewürfelt aus Leuten aller sozialer Schichten und politischer Ansichten. Hier steht jeder für jeden. Dieses Konzept hat Geldgeber und Sponsoren überzeugt. Dieses kleine Stückchen Freiheit. Und das ist halt in Wolgast, will ich auch anerkennen, in Wolgast so, dass halt alle Türen offen sind. Die sind für alles neue. Man hätte ja auch sagen können, so 12.000 Euro für eine Football-Ausrüstung, wo du noch nicht mal wirst, ob die nach einem Jahr wieder da sind. Ihr seid Idioten. Aber war gar nicht so. Und damit ein neues First Down und einen großen Applaus. Mitfiebern statt mit Schwimmen. Da ist der Sieg schon fast sicher. Holgast Wendels, bitte. Das ist richtig genial. Wir haben, als wir bei denen waren, Tiefenschopp Fresse gekriegt. Und jetzt sind sie bei uns. Jetzt gewinnen wir. Das geht nicht besser. Das ist geil. Engagement für die Region bringt Hoffnung. Auch wenn es manchmal ganz schön anstrengend ist, immer alles am Laufen zu halten und helfende Hände rasend. Doch genau die brauchen sie. Die korrigierten Einzelkämpfer am rechten Rand der Republik. Helfer. In der Bevölkerung, in der Politik. Alleingelassen kämpfen sie auf verlorenen Posten. Die Tür, in der Schule. Untertitelung des ZDF, 2020